So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann auch wieder der Shocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem Shiny Alula Slimer bei der Tina, die hat ja auch geschrieben Juhu und hat sich übelst gefreut. Da fehlt mir auch noch ein zweites, damit da die Familie komplett ist. Dann der Teufel persönlich beim Lift Up Raider mit einem 666 WP Hund Duster. Das Lustige ist, das hat er gepostet, als wir unterwegs waren, hat er mir ein anderes gezeigt. Ja, ja, das hast du doch gepostet und er hat schon ein zweites gefangen. Das zweite 666 WP Hund Duster, der Teufelshund, zweimal. Dann habe ich einen Shiny Alola Wulpix gebrütet, das war auch richtig genial. Und auf dem kleinen Account ebenfalls gebrütet, ein 100% Tauros, das ist auch genial gewesen. 14,97 WP muss das haben. Der Gefa zeigt uns hier ein Shiny Radfratz, was er bekommen hat, auch mit einem richtig guten Level natürlich. Ebenfalls der Gefa ein Shiny Onyx, die sind gar nicht mal so selten, wie man auch in der Folge noch bemerken wird. Der Brain aus Thema mit einem 100% Zobiris. Level 15, denke ich mal, dass das aus einer Aufgabe war. Oder? Ne, ich glaube, das ist sogar, ist das Level 20 oder 15? Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob das Level 20 oder 15 ist. Anhand des Bogens auf jeden Fall. 100% Zobiris. Auch ein seltenes Pokémon als Shiny, auch richtig cool. Dann hat er noch einen Shiny Tanzer bekommen, auch richtig genial. Das ist auf jeden Fall mehr als Level 20, das sieht man deutlich. Und ein 100% Tauros, ebenfalls vom Brain, hinterher auch richtig geniale Sache. Und er benennt die natürlich immer so, dass man die 100 im Namen mitzieht. Dann der Kenny, jawohl, mit einem Krypto-Bisasam, was zu einem 100%igen wird, wenn er es denn erlöst. Ebenfalls die letzten zwei Tage vom Kenny, drei. Shiny ist nämlich ein Kabuto, ein Bisasam und ein Spoink. Shiny, bei ihm läuft also richtig gut. Dann der Pokefreak Red hat gepostet, ich hab's. Und hat ein Shiny Tauros bekommen. Das Gute ist, ach ne, da kommen wir nachher erst dazu. Merkt euch das mal ein, Shiny Tauros. Dann haben wir vom Stefan Landei, der Twink natürlich, also auf seinem kleinen Account hat er einen 100% Porrender gebrütet. Auch mit 15, 15, 15, Level 20. Die Annika, gerade aus dem Ei, mit einem 100% Lavita. Das ist also richtig genial. Da würde ich erstmal lauter Bonbons reininvestieren und da ein dickes, fettes, großes Despo daraus machen. Kann man ja jetzt momentan gegen Mewtwo auch wunderbar benutzen mit Bisknirscher. Wenn sie noch keine 6er Armee hat, weiß ich nicht. Dann der Bockwurst King, wo schon wieder eigene Nummer dasteht, weil der in seinem Account schon wieder auf meinem Handy ist. Mit einem Shiny Schmerbe. Der Brain aus Thema, der hat's mit seinen 100er. Das nächste 100er, ein Tockepi mit 100% auch ausgebrütet. Pupsi hat ein Kangama gebrütet. Level 20 erkennt man auch wieder an dem Bogen natürlich. Shiny Kangama. Dann gab's ein 100%iges Raiku. Sehr genial. In der Nähe von Frankenberg, Eda, Hessen. Vom Alex Hoffi. Und nicht nur das, der hat nämlich auch noch ein Shiny Pi gebrütet. Auch richtig genial. Auch selten normalerweise. Shiny Nägelmon dann mit einem Shiny Pandimos. Wild gefangen. Gepha mit einem gebrüteten Shiny Mobile. Jeder hat einen Shiny Mobile. Nur ich hatte keins. Jetzt hab ich ja eins. Habt ihr ja gesehen. Das letzte Mal in der letzten Folge. Dann von Marco. Der Start in den Tag mit einem Shiny Perlu. Ich weiß nicht, ob es sein erstes war. Oder ob der damals den Quest Day mitgemacht hat mit Perlu. Da gab's die eigentlich relativ häufig aus der Aufgabe. Ah ja, ja. In diesem Sinne. Guten Morgen. Pupsi wieder mal mit einem Shiny Tockepi. Also die hat bald auch ihre eigene große Shiny Sammlung. Dann hab ich einen Shiny Fluffeluft gebrütet. Und erst hab ich mir drei Stück rüber tauschen lassen, um mit selbst eins zu brüten. Ist sogar ein 98%iges. Was eben frei wäre zum Abgeben. Aber würdet ihr ein 98%iges Shiny Fluffeluft wegtauschen? Oder würdet ihr das behalten? Schreibt's mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Dann ein kleiner Fake natürlich. Wurde angekündigt. Der nächste X-Raid Boss steht fest. Es ist Pikachu mit Strohhut. Und alle so, das kann doch nicht sein. War aber nur ein Spaß. Dann hat man gesehen, der nächste X-Raid Boss ist Evoli mit Blumenkranz. War natürlich genauso Fake. Alle haben sich besemmelt. Der Mitchell hat dann einen Shiny Raupi gefangen. Der Gandalf Julius ist nett, oder? 100% Alola Sandan aus dem Ei. Richtig genial natürlich. Konnte man ja auch wild fangen. Jetzt mit Start von der Ultra Bonus Woche 3. Sind die leider wieder weg. Kann man jetzt nicht mehr wild fangen. Also kein Flummenkiefer, kein Absol, kein Alola Sandan, kein Alola Wulpix. Gab's ja in der Ultra Woche 2. Eben wild. Jetzt nicht mehr. Auch die Shiny Varianten nicht. Nur daraus eiern wieder. Der Pascal mit seinem Feldforschungsdurchbruch. Tipp ich mal. Evoli gibt's ja momentan auch nicht wild. Durch den Feldforschungsdurchbruch könnt ihr die also nur mit Blumenkranz. Und wenn ihr Glück habt als Shiny bekommen, der Psycho King auch mit einem Shiny Onyx. Lift Up Raider. Immer auf dem Kleinen das Glück mit einem Shiny Alola Sandan. Auch sehr nett. Das muss ich auch noch entwickeln. Dann habe ich das ECOGNITO V bekommen. Natürlich getauscht. Jetzt fehlen mir gar nicht mehr so viele. Der Bockwurst King noch mit einem Shiny Pichu. Auch natürlich gebrütet. Darni Sahne gerade aus dem 7 Kilometer Ei bekommen. Ein Shiny Mugbee. Da habe ich bestimmt auch schon 4 Stück oder so. Poke Freak Red nochmal eben bekommen. Auch ein Shiny Onyx. Marco mit einem Shiny Pandimos. Gerade geschlüpft. Schön pfeffiggrün wie man sieht. Der Gefa zeigt uns hier seine Nachtlampe. Das ist ein dickes Relaxo. Da kann man bestimmt auf den Bauch drücken und dann geht das an und aus. So was ähnliches hat Isboyan nur als Hühnchen. Oder war das ein Hühnchen? Ja, ein Hühnchen, wo man auf den Kopf drückt. Genau bei Relaxo hier drückt man eben auf den Bauch. Auch der Bierbanny hat einen Shiny Onyx gefangen. Nägelmon mit einem Shiny Amonitas. Das fand ich richtig genial. Gefa mit dem Bild. Ein wilder DHL-Bode erscheint. Ich setze Türöffner ein. Nichts geschieht. Wie in einem richtigen Pokémon-Kampf. DHL-Bode setzt Abholschein ein. DHL-Bode flüchtet. Ganz normal. Wer kennt das wirklich? Die Post klingelt. Ihr macht die Tür auf. Es kommt einfach keiner hoch. Nichts passiert. Ihr geht runter. Und habt einen Zettel drin. Warum klingeln die dann erst? Ich verstehe es nicht. Und ich weiß, die haben keine Zeit. Die müssen immer schnell machen. Aber selbst wenn ihr zu Hause seid, entweder klingeln sie wirklich gar nicht. Oder sie klingeln. Und in dem Moment, wo sie klingeln, schmeißen die schon den Schein rein und gehen wieder. Aber wie will man dann an seine Sachen kommen? Das ist wirklich ärgerlich manchmal. Dann der Stefan Landein nochmal aus der Quest IV vor Shiny. Also erst das 100er Fritzlblitz, bevor er dann das Shiny bekommt. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Denn da habe ich meinen Shiny aber auch wieder getauscht. Der Ramses muss immer alles tauschen. Aber richtig gutes Level, wie man sieht. Muss ich auch demnächst mal entwickeln. Habe jetzt zwei davon. Dann der Franz. Der Poketechno mit einem 100% Porrenda auch. Richtig genial. In der Sammlung. Brain. Shiny Amonitas. Genau wie Nägelmon. Und da sind wir schon wieder bei Nägelmon mit einem Shiny Tanzer. Ich glaube, die wechseln sich mittlerweile ab mit den Shinies. Shiny Nägelmon noch mit einem Shiny Tockebi. Und Shiny Kabuto, was aber glaube ich bei seiner Frau auf dem Account war, sieht man wieder an dem Handy. Finde ich immer so klasse. Die Bilder sehen so genial aus. So gestochen scharf. Und diese Handyhülle drumherum macht nochmal einen ordentlichen Eindruck. Dann hat der Stefan Landein gezeigt. Ein Porrenda, was mit seiner Lauchstange auf die Tauben einschlägt. Richtig brutal, wie es da guckt. Auf die kleinen Taubenrunder. Taubsendusselgurr ist das nämlich. Was da rumkriegt. Das sehen wir aber nachher noch. Dann noch ein Bild mit einer Stoffende und einer richtigen Lauchstange. Und als wir beim Grillen waren und haben die Burger gemacht, hat Flo auch so eine Ende im Garten sitzen gehabt. Und dann hat er auch einfach so eine Lauchstange daneben, so eine kleine. Das war auch lustig. Im Hintergrund sieht man auch die Koalas, die Burger und natürlich die Vanille-Goldkrone. Darf alles nicht fehlen. Der Ben hat sein erstes Shiny Alola Mauzi gebrütet. Von mir möchte er ja dann noch das zweite haben. Dafür kriege ich auch mein zweites Shiny Mo bei. Das steht ja auch schon fest, dass wir das so machen wollen. Bockwurst ging auch mit seinem ersten Shiny Pandimos. Dann war der Community Day. Dann ist da eine Shiny Chalas bekommen. Der Toni Thema natürlich auch. Da ging es richtig ab. Die ganzen Thema Rana haben dann ihre Shinies gepostet. Chalas hier, Chalas da. Neben den Shinies aus dem Community Day gab es aber für die Terror-Zickel noch ein Shiny Porrenda. Für den Toni aus Thema, juhu, noch ein Shiny Slimer oben drauf. Der Mützenmann hat dann seine Ausbeute gezeigt. Der hat also drei, vier, fünf, sechs, sechs, acht, neun. Neun Shinies bekommen von Shellast. Eins entwickelt zu Shelldera. Und zwischendurch ein Shiny Pandimos noch. Das war also wirklich cool. Alles irgendwie grün gehalten, wie ihr seht. Auch hier unten das Kingler. Der Brain hat sogar elf Stück bekommen. Elf Stück hatte auch Annika und auch ich. Das war ja das höchste, was ich gesehen habe. Und auch hier in Ibu der Gefa mit einem Shiny Shellas. Der Liquid Ghost. Das erste, was er angedrückt hat gleich. Direkt Shiny. Lift Up Raider hat uns dann auch gezeigt, dass man jetzt auch Shellast als Krypto-Pokémon bekommen kann. Könnt ihr also jetzt auch nehmen und raiden. Wenn man da zu Raiden sagen will, bekämpfen. Der Stefan Landei hat seine tausend Feldforschungsaufgaben ausgeführt. Mit der letzten Sea-Day-Quest erledigt. Das glaube ich auf dem No-Gym-Account oder auf seinem großen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was steht denn unten? Ach so, No-Gym. Kann man ja durchgucken, durch die Schrift. Der hat ja den Account abgegeben. Also den hat ja der Nachtmare gewonnen. Aber Stefan Landei hat in Sea-Day nochmal mitgespielt, weil Nachtmare noch kein zweites Handy hatte. Und hat sogar jetzt noch eine Gold-Medaille dazugeholt. Den Endstand sehen wir dann auch noch auf einem anderen Screen. Leider ist mir da das The Real Mewtwo dazwischen gekommen. Das ist natürlich Freeza von Dragon Ball. Richtig shiny, golden. Also auf was für Ideen die Leute manchmal kommen. Dann der Toni aus Thema, auch mit einem shiny Fluffeluft. Wir haben einen neuen Stop bekommen. Oben bei diesem Versorgungsamt, wo auch der Pferdestop ist, ist das glaube ich. Genau an der Ecke da vorne gibt es wieder mal einen neuen Stop. Der Bockwurst-King hat sein zweites shiny Pandimos bekommen. Der Kenny hat ein Lucky, was ist das? Selve? Selve oder Tobutz? Hat auf jeden Fall, ich sag mal Selve. Hat ein Selve bekommen als Lucky-Pokémon. Bier-Benny mit einem 100% Mantirps, auch gebrütet. 100% Babys sind immer was ganz Besonderes. Das ist jetzt der Endstand vom No-Gym-Account, den der Stefan Landei an Nachtmare gegeben hat. 25,4 Millionen sind da drauf. 20 Millionen waren Level 40 und er hat jetzt schon wieder 5 Millionen mehr drauf. Und er wollte ja schauen, ob der vielleicht nochmal 20 Millionen drauf machen kann in Nachtmare. Wollte uns ja auch immer mal auf dem Stand halten, wenn es was Neues gibt. Stefan Landei auch. Ui, ein Shiny. Seht ihr, wie das glänzt? Hat ein 100% Porrender bekommen beim Tauschen. So kann man es natürlich auch machen. Der Bockwurst-King noch mit einem Shiny Shiggy. Wo ich sagen muss, das normale Shiny Shiggy fand ich damals viel seltener als das Sonnenbrillen-Shiny Shiggy. Weil da konnte man sich ja absprechen. Wenn das bei einem aus dem Stop bei der Aufgabe kam, konnten alle dahin und haben alle dasselbe bekommen. Bei den anderen war das wieder individuell. Deshalb die normalen Shiny Shiggy's eigentlich seltener als die anderen. Andere. Du hast nur Bahn und Pokémon im Kopf. Ich? Regional. Shiny regional. Das ist auch richtig genial, das Bild. Ihr seht die rote Bahn. Und wenn sie dann, wenn eine grüne Bahn kommt, das ist die Shiny Bahn natürlich. Sieht auf jeden Fall anders aus. Hat eine andere Farbe. Dann haben wir noch ein 100% Magnetilo. Wieder mal aus Frankenberg-Eder. Da wissen wir schon, von wem das kommt. Aber nicht nur das 100% Magnetilo, sondern auch das 100% Porenda. Nämlich vom Alex Hoffi. Heute mal wieder richtig Glück gehabt, schreibt er hier. Der Sly hat dann auch einen Shiny Pandimus bekommen. Dann war es soweit. 22 Uhr. Ultrabonus. Woche 3 hat angefangen. Am Montag. Überall Schatten in der Nierbeiliste. Die ganzen neuen Pokémon wurden eingeführt. Und das seht ihr auch schon. Das dürfte eigentlich ein Nagelott sein. Aber warum haben die bei mir so einen komischen Namen? Schreibt der Gandalf Julius. Da steht nämlich einfach nur Pokémon-Name 0504. Hätte er natürlich die App neu gestartet, hätte es richtig da gestanden. Er hätte alternativ den Namen auch selber dran schreiben können. Der Mitchell hat noch einen Shiny Traumfugil gefangen. Ich habe jetzt nicht die ganzen einzelnen Fänge von den ganzen einzelnen Gen 5 Pokémon rein. Die hat ja jeder fast selber alle bekommen, außer wenn was ganz Besonderes dabei war. Der Beerbany hat noch einen Bisasam erlöst. Da ein 100%iges Erlöstes bekommen. Genauso wie ein 100% Erlöstes Golbart. Stefan Landlein noch mal 147 Eier. Aber Rauchregel. Der hat also so viel gebrütet. Und nach 147 Eiern immer noch keinen Shiny gehabt. Von den Kontinentalen. Und durch Rauch einfach einen Shiny Pandimos bekommen. 147 WP. Das passt ja. 147 Eier, 147 WP. Hätte er 2000 Eier gebrütet. Ohne Erfolg hätte er dann einen 2000er Pandimos bekommen. Dann war ich auf der Suche nach den neuen Gen 5 Pokémon. Und dann hatte ich plötzlich einen Lapras in der nearby Liste. Als Schatten. Was ich überhaupt nicht verstanden habe. Weil Lapras habe ich ja schon. Wurde jetzt wieder als Schatten angezeigt. So wie es vor dem Community Day war mit Shellas. Dass das bei den Leuten komischerweise als Schatten angezeigt war. Dann habe ich einen Dusselgur gefangen. Und habe das auch gleich zu meinem Buddy gemacht. Weil ich das nämlich richtig cool finde. Finde ich sogar cooler als Taubsee. Ihr könnt mich jetzt dafür hassen. Aber guckt euch das doch mal an. Schon der Blick alleine. Das Taubsee, das guckt immer so böse und eingebildet. Aber das Dusselgur, das guckt einfach nur dusselig. Und das finde ich sympathisch. Der Tobi hat es auch auf den Punkt gebracht. Hört ihr das? Almigurrt. Einfach nochmal Almi genannt. Almigurrt. Was für ein köstlicher Scherz. Mitchell mit einem 96%igen Mewtwo. Da ging das nämlich dann los. Die Leute haben alle Mewtwo gerated wie blöd. Kenny mit einem Shiny Pandimos. Die Heike hat sich gewundert, warum sie zwei Siebner-Eier aus dem Geschenk bekommt. Ist ja auch jetzt so, seit Montag 22 Uhr, dass ihr eben nochmal mehr Möglichkeiten habt, auch die Kontinentalen zu brüten, mehr Maschinen zu kaufen, mehr Geld zu investieren. Deshalb gibt es jetzt gleich zwei Eier. Dann hat der Kenny aus dem Zehn-Kilometer-Ei noch ein Goll-Bit bekommen. Was auch immer das ist, sieht auf jeden Fall interessant aus. Und der Pokefreak Red, da hatten wir es vorhin mit seinem Tauros, was er hatte. Grüße an Raid am Mittwoch, schreibt er auch hier. Sein Tauros heißt also jetzt Lauros. Sein Kangama heißt Laugama. Und sein Pandimos hieß noch Pandimos. Hab ich gesagt, musst du doch auch noch umbenennen in irgendwas. Aber er hat es dann umbenannt in Laudimos. So, ich hatte Polaura. Pandi? Ne, hä? Das ergibt, ach nee, das war doch Porenta. Porenda in Polaura umnennen. Aber er hat doch gar keinen Porenda hier. Egal, aber das Pandimos, da hatte ich... Hä, wieso habe ich Porenda gedacht? Das ist doch ein Pandimos gewesen. Deswegen hat es auch keinen Sinn ergeben. Genau. Auf jeden Fall Pandimos hat er dann umbenannt in Laudimos. Hat das noch gehabt. Stefan Landai hat mir noch ein Bild geschickt vom Schilling. Es sind übrigens wieder neue Boxen verfügbar. Passen dazu. Die seien als Mülleimer natürlich, weil alles Schrott ist. Dann habe ich noch ein paar besondere Sachen bekommen. Das wäre eigentlich der Schocker der Woche. Aber sowas ähnliches hatten wir genau schon mal. Und ich finde, ein 100% Legendäres ist eigentlich viel krasser als ein 100% Lucky Legendäres. Weil, das könnt ihr ja natürlich durch den garantierten Glückstausch besser mit hohen IV bekommen, als wenn ihr sowieso einen Ho-O-Rate macht, einen Shiny bekommt und das auch noch 100% hat. Da gehört, glaube ich, mehr Glück dazu, als Shiny Ho-Os hin und her zu tauschen, bis sie dann 100% haben. Trotzdem, Shiny, Lucky, 100% Ho-O. Oh, richtig genial. Genauso wie das 100% erlöste Glurak. Genauso wie ein Shiny Kangama. Genauso wie ein Shiny Toggebi. Und das alles kam von der allerechte Thiago, a.k.a. Der Killer 700, a.k.a. SpieleHype HD. Wer unter die Videos mal guckt, dem wird der Name SpieleHype HD schon öfters aufgefallen sein. Bei Pokémon heißt er aber der Killer 700. Vielleicht habt ihr den ja auch in eurer Kontaktliste bei Pokémon. Schreibt's mal in die Kommentare. Dann der Robby beim ersten Fang, ein Rotomurf. Den habe ich jetzt wieder mit reingenommen, denn den finde ich ultra selten. Ich habe so gut wie noch keinen hier gesehen. Überall nur Yorkleaf und Nagelotz, aber Rotomurf. Auch ein richtig cooles Pokémon. Den kann man mal zeigen. Dann der Leandro vom Community Day hat noch ein 98%iges Shelterer entwickelt. Mit 2552 WP. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob er das hochgezogen hat oder einfach der Level so krass war, dass er das einfach so entwickeln konnte. Tobi zeigt uns noch, was los ist, wenn man einen Defibrillator braucht. Da ist nämlich einfach nur ein Pikachu drin und schon beruhigt er euch wieder. Alles ist gut, wenn ihr den bekommt. Dann habe ich einen Yorkleaf geklickert. Ihr seht das. Sogar 456 ist gar nicht mal so schlecht. Also der Bogen ist wenigstens über die Hälfte. Ein Shiny Yorkleaf geklickert. Richtig genial. Braucht man leider drei Stück insgesamt, wenn man wieder die ganze Familie haben will. Denn der hat zwei weitere Stufen. Und ich dachte, das ist der Hund und du entwickelst den und das war's. Nein. Das braucht noch zwei Shinies, dass ihr die Familie voll habt. Lift Up Raider hingegen. Das erste Shiny der fünften Gen mit einem Shiny Nagelotz. Richtig genial. Da habe ich noch keins gesehen. Dann Stefan Landei wieder. Hebt eure Pogi aus Down Under gut auf. Die braucht ihr demnächst noch. Denn hier gibt es einen Tourismustag. Feldforschung. Tausche ein Pokémon, das 10.000 Kilometer entfernt gefangen wurde. Neue Attacke, Zielschuss, neue Avatar Items, Pokémon Shirts, Relaxo, Schlurp, Kabador, Giflor. Auf Schlurp freut sich. Der ist wohl sicherlich ganz besonders. Und ein neues Event-Ticket-System. Das aber demnächst. Das wurde jetzt erstmal gefunden. Wieder in den Daten, im Datenverkehr. Und wann das alles reinkommt. Und was dann noch passiert, sehen wir demnächst natürlich. Dann noch ein Screen von Brenton Tan. Legendär und 150 Millionen Staub. Also der hat 150 Millionen Sternenstaub. Und 999.999.999 Erfahrungspunkte. Da gibt es auch ein Video, glaube ich, zu ihm, wo er seine ganzen Statistiken und Sachen zeigt, was fast eine Stunde geht. Also wenn ihr Sonntag mal Zeit habt, guckt euch mal das Video von Brenton Tan an. Habe ich auch noch nicht. Hat mir der Stefan Landei empfohlen. Werde ich vielleicht mal machen am Wochenende. Jetzt aber nochmal zu den Mewtwo's. Denn der Brain hat dann sein erstes Shiny Mewtwo bekommen. Hat sein zweites 100er Tauros bekommen. Hat dann hier sein zweites Shiny Mewtwo bekommen. Nochmal zurück hat der Gandalf Julius sein erstes Shiny Mewtwo bekommen. Und danach noch sein zweites Shiny Mewtwo. Deswegen habe ich das jetzt komisch durcheinander gezeigt. Ist aber nicht schlimm. Denn auch der HBN Emil hat sich ein Kangama gegönnt als Shiny ausgebrütet. Das waren jetzt aber die normalen Screens. Ihr seht heute richtig brutale Folge. Und eigentlich muss ich los zum Raid. Aber jetzt noch schnell der Schocker der Woche. Dann bin ich zu spät dran und die anderen bringen mich um. Also gibt es die letzte Folge Raider Mittwoch heute. Nächstes Mal nicht mehr. Jetzt aber der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Essa380. Mein Shiny 100% Flunkkiefer. Aber Ramses, das passt doch jetzt überhaupt nicht dazu zu dem ganzen Thema. Aber ich fand Flunkkiefer einfach so genial. Da war jetzt was bin ich dem hinterher gerannt. Habe die Shiny Flunkkieferjagd als Video gemacht. Habe da ein Epic Video erstellt mit dramatischer Musik untergelegt. Wie ich so viele Flunkkieferraids gemacht habe. Wie ich da hinterher bin. Wie ich alles mögliche gemacht habe. Um endlich mein Shiny zu bekommen. Das war so eine Hetz. So eine Jagd. Alles mögliche. Und zweiter Raid. Shiny 100%. Also das finde ich so krass, so genial und so fies. Gleichzeitig einfach nur Flunkkiefer immer noch. Sehr schönes Pokémon. Sehr schick. Auch das Shiny sieht sehr edel aus. Und davon ein 100%iges zu haben, finde ich, ist schon viel wert. Da das ja eigentlich nur aus den Raids kommt. Mittlerweile konnte er das dann auch aus Eiern brüten. Kurze Zeit jetzt, eine Woche lang, konnte man es auch wild fangen. Aber ein 100% Shiny Flunkkiefer finde ich einfach richtig krass. Richtig genial. Deshalb für mich Schocke der Woche. Grüße gehen raus an Esadri80. Das war es aber von meiner Seite aus. Jetzt schnell los zum Raid. Noch ein Shiny Mewtwo gönnen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder beziehungsweise morgen. Wenn es wieder heißt Pokémon Go. Und noch mehr. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramsus. Erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.